Das sind Tina, Ralf und der kleine Finn. Sie lieben es zu wandern und nichts kann sie davon abbringen. Nicht einmal der Verkauf ihrer Immobilie. Sie haben einen Remax-Makler, der Ihnen klar und transparent den Weg weist, damit Sie immer wissen, in welche Richtung es geht. Okay, fast immer. Entscheiden Sie sich für den richtigen Weg mit einem Remax-Makler, der Sie an jedem Hindernis vorbeiführt. Relax mit Remax.